Im RKW unterstützen wir die kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Deutschland und das auch schon seit mehr als 100 Jahren. Wir unterstützen sie bei der Digitalisierung, bei der Transformation zur nachhaltigen Produktion, aber insbesondere auch dabei, gute Fachkräfte zu finden und zu binden. Das ist der Kernpunkt aller Betriebe. Ohne gute Fachkräfte gibt es keine guten und erfolgreichen Betriebe. Das RKW ist ein bundesweites Netzwerk entwickelt und organisiert für die Betriebe vor Ort in den Betrieben passgenau Angebote, die den Betrieben helfen, die Herausforderungen der aktuellen Zeit zu bestehen. Als langjähriger Unternehmer im deutschen Mittelstand weiß ich, dass nicht immer alles glatt läuft. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die kleinen und mittleren Unternehmen mit dem RKW einen verlässlichen Partner haben. Wir arbeiten mit dem RKW bereits seit über sieben Jahrzehnten zusammen, denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten brauchen kleine und mittlere Unternehmen Unterstützung mehr denn je. Seit 2016 sind wir im Bereich der Integrationsarbeit unterwegs und mit der gemeinsamen Arbeit mit dem RKW, mit den Konzepten, die wir aufgestellt haben, ist es uns gelungen, dass wir deutlich mehr Mitarbeiter haben gewinnen können, für uns haben begeistern können und dann eben auch in die dreijährige Ausbildung entsprechend haben einfließen lassen und nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung dann auch in eine feste Anstellung übernommen haben. An dem Projekt hier ist besonders schön, dass man mit jungen Leuten arbeiten kann und sehen kann, wie diese Leute sich weiterentwickeln und wie es auch dem Unternehmen weiterhilft. Eine Win-Win-Situation. Der Technologiewandel verändert Arbeitsprozesse nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Wir wollen, dass die Beschäftigten im Technologiewandel, im Strukturwandel mitgenommen werden und deshalb auch die Zusammenarbeit mit dem RKW. Wir arbeiten eng und erfolgreich mit dem RKW im Bereich der Digitalisierung zusammen. Vor allem im Bereich Digitalisierung im Vertrieb haben wir schon einige Projekte gemeinsam erfolgreich umgesetzt. 101 Jahre RKW, das ist glaube ich eine echte Erfolgsbilanz und das RKW ist das Kompetenzzentrum, um dem Mittelstand zu helfen und kleinen und mittleren Unternehmen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, Guidance zu geben, Ratschläge zu geben, zu unterstützen und dafür ist es unglaublich wichtig. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR